Heute bei uns im Studio Leichtathletik-Star, Alissa Schmidt. Wir haben gerade darüber geredet, du bist 22. Wie oft darfst du oder hättest du, wenn die Pandemie nicht hätten, auf Partys gehen können? Das Leben ist bei dir ein bisschen anders strukturiert, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich bin zum Glück sowieso jetzt nicht so der große Partygänger, aber wenn überhaupt, dann ist es eigentlich nur möglich in der Off-Season, was dann im Sommer zwei, drei Wochen sind. Geht jetzt los, hast du gesagt, Off-Season. Genau, jetzt am Wochenende ist der letzte Wettkampf und dann ist Off-Season. Ich freue mich auch wirklich auf meinen Urlaub. Habe ich jetzt lange drauf gewartet und dann muss man auch wieder neue Motivation schöpfen für die nächsten Wettkämpfer dann. Ja, du bist Sportlerin durch und durch, ne? Obwohl, du hast ja leider keine Medaille gewonnen, noch nicht bei Olympia, aber trotzdem ganz, ganz viele Herzen. Wer sie nicht kennt, hier eine kurze Zusammenfassung, wobei ich glaube, das sind die wenigsten. Sie ist die heißeste Sportlerin der Welt, Alissa Schmidt aus Deutschland. Seit vier Jahren wird sie international als World's Sexiest Athlete in den Boulevardzeitungen betitelt. Blätter wie die britische The Sun sind verrückt nach der deutschen Leichtathletin. Ich bin komplett aus allen Wolken gefallen. Also ich war auch ziemlich geschockt und es hat mir auch schon zu Anfang ziemlich Angst gemacht, warum die jetzt auf einmal alle über meinen Instagram-Account schreiben. Alles beginnt im Jahr 2017. Damals wird sie vom australischen Magazin Busted Coverage zur heißesten Bahnathletin der Welt erklärt. Im Anschluss explodieren ihre Follower-Zahlen auf Instagram. Da hat sich natürlich vieles verändert und ist natürlich eine Umstellung gewesen, auf jeden Fall. Man muss jetzt auf jeden Fall darauf achten, was postet man und wie will man sich darstellen, wie viel zeigt man von seinem Privatleben und so weiter. Und der Hype geht weiter. Auch bei den Olympischen Spielen in Tokio im vergangenen Monat überschlägt sich die internationale Presse. Nicht wegen ihrer sportlichen Leistungen, denn sie ist Ersatzläuferin in der 4x400-Meter-Staffel, sondern wegen ihres Äußeren. Mit Folgen hat sie Anfang des Jahres noch 1,5 Millionen Follower auf Instagram, sind seit Olympia noch einmal eine Million dazugekommen. Die 22-Jährige würde sich aber noch mehr über Schlagzeilen ihrer sportlichen Erfolge freuen. Und erstmal Glückwunsch, dass du überhaupt mit nach Tokio durftest. Du hast ja gesagt, du warst sogar verletzt zwischendrin. Und krank und so. Und hast es trotzdem geschafft bis dahin. Wie sehr ärgert dich das trotzdem, dass da keine Medaille bei rumgekommen ist oder kein Einsatz? Ja, mit dem Einsatz war natürlich schade. Ich wäre super gerne natürlich auch mal in diesem großen Stadion gelaufen. Auch wenn es dieses Jahr ohne Zuschauer stattgefunden hat, war das, glaube ich, trotzdem ein Riesenerlebnis. Daher ist natürlich die große Motivation jetzt Paris 2024. Und da werde ich die nächsten Jahre auf jeden Fall noch hart für arbeiten. Wir haben dich ja jetzt hier kennengelernt als sehr fokussierte Frau, auch auf den Sport vor allem. Disziplinierte. Wie sehr geht dir das auf die Nerven, dass du eben auch besonders im Ausland immer auf dein Aussehen reduziert wirst? Ja, das Optische, da lege ich eigentlich keinen Wert drauf. Beziehungsweise ich bin jeden Tag auch umzingelt von so vielen schönen und einzigartigen Frauen. Von dem her ist gerade auch beim Sport optisch, also das optische Nebensache. Also findest du auch keinen Trost in solchen Titeln wie World's Sexiest Athlete oder so weiter? Nein, gar nicht. Du hast ja auch gesagt, was die schreiben und so ist teilweise skurril und unsinnig. Ja, auf jeden Fall. Ich spreche eigentlich mit so gut wie keiner Presse, außer vielleicht der deutschen Presse. Von dem her werden da auch ganz oft Unwahrheiten verbreitet. Und uns, deswegen sind wir froh, dass wir dich heute hier... Wir haben dich ja 2017 schon kennengelernt, da warst du hier, hast uns gezeigt, wie man Hürdenlauf zumindest ansatzweise halbwegs hinkriegt. Was hat sich seitdem für dich verändert? Ja, sportlich gesehen läuft das auf jeden Fall sehr gut, da bin ich sehr dankbar für. Ich habe mich sehr gut auch auf den Sport konzentrieren können, mache nebenbei aber auch noch ein Fernstudium und kann das so aber ganz gut vereinbaren. Was studierst du? Medien- und Kommunikationsmanagement. Mensch, dann wünsche ich mir dir da auch ganz, ganz viel Glück dafür. Ich glaube, damals warst du gerade mit der Schule fertig oder noch nicht mal, ne? Genau, doch, da war ich glaube ich gerade mit der Schule fertig. Ich bin gerade neu nach Potsdam gezogen und ja, habe dann mein Studium angefangen. Wahnsinn. Was macht das mit deiner Familie und deinen Eltern, dass du quasi in den Medien immer so aufplopst? Also du willst eigentlich nur Sportlerin sein, ne? Aber irgendwie sämtliche Weltmedien feiern dich, du bist auf Instagram ein Riesenstar. Was, wie geht deine Familie damit um? Ja, gerade als es losging 2017, war das natürlich schon erstmal eine Umstellung und auch komisch, gerade für meine Eltern. Mittlerweile ist das eigentlich bei uns auch kaum noch Thema. Okay, ihr schließt das dann einfach aus. Was allerdings Thema ist, auch bei vielen, wie du sagst, wunderschönen Frauen und tollen Frauen im Leistungssport, sind diese Outfits. Viele gehen auf die Barrikaden und sagen, wir wollen nicht mehr so superknappe Outfits tragen. Wie stehst du dazu? Ich persönlich muss sagen, ich habe damit kein Problem. Man kann sich theoretisch ja auch selber aussuchen, ob man jetzt zum Beispiel in einem längeren Oberteil läuft oder nicht. Das ist uns eigentlich nicht vorgegeben. Vielen, ja, fällt es aber dann doch einfacher, gerade wenn man eben im Sprintbereich arbeitet, dass man da eben auf jede Hundertstel achten muss. Und dann ist das passende Outfit dann auch schon wichtig. Und ihr habt wahrscheinlich als Sportler auch so mit Körperlichkeiten nicht so wirklich das Problem, kann ich mir vorstellen. Ja. Du hast jetzt auf Instagram einen Riesenerfolg, bevor wir zu diesem Bademanteltrick kommen. Wie sehr nimmt das Raum ein? Weil diese 2,5 Millionen müssen ja auch irgendwie in Anführungsstrichen beschäftigt werden. Wie viel Zeit wendest du auf dafür? Ja, Social Media ist mittlerweile schon recht viel Arbeit geworden, auf jeden Fall. Ich versuche aber trotzdem immer, den Sport an der ersten Stelle zu stellen und alles andere kommt danach. Und wenn dann noch Zeit übrig bleibt, die Leute mitzunehmen, dann mache ich das auch sehr gerne und bin da auch sehr dankbar drüber, dass die mich auch so gerne bei meinem Leben als Leistungssportlerin verfolgen. Du hast eigentlich auch eine ganz freundliche Community, oder erfährst du da auch viel Kritik, die sagen, Mensch, ist doch eigentlich Leistungssport irgendwie, warum gibt es dann irgendwie diese Fotos und so? Klar, es gibt auch mal negative Kommentare, aber da bin ich eigentlich zum Glück, recht verschont worden bisher. Ja, du bist auch, glaube ich, mental sehr stabil, muss man ja auch als Leistungssportlerin. Ja, auf jeden Fall. So, dieser Bademantel-Gürteltrick, welchen hättest du denn gerne? Irgendwie, das sind so auch so fürchterlich schreckliche, wer hat denn diese Bademantel vorher getragen? Such dir einen aus. Genau. Für alle Frauen mit längeren Haaren jetzt interessant. Das ist eigentlich super easy. Man legt sich den hier oben hin und dann wickelt man die Haare einfach nur hier rum. Ja, um den Bademantel? Ja, um den Bademantel. Und relativ eng, jetzt nicht so locker, wie ich das jetzt hier mache, macht das dann bis unten und dann macht man das einfach mit dem Haargummi fest und kann so eigentlich auch keine Probleme schlafen. Echt? Und hat am nächsten Morgen schöne Locken. Also Locken. Ja. So wie du heute früh. Sehr, sehr schön. Achso, Schokolade haben wir dir übrigens hingestellt, wenn du magst. Du hast ja gesagt, du hast einen Laster tagtäglich. Tagtäglich isst du Schokolade, aber du musst trotzdem wahnsinnig diszipliniert sein. Verrat mir, weil ich bin so ein schrecklich undisziplinierter Mensch. Wie schaffst du es, jeden Tag dann auch wieder deinen inneren Schweinehund zu überwinden? Hast du da so Tricks oder hast du manchmal auch einfach keinen Bock? Das ist tatsächlich auch meine große Schwäche, mich da gerade auch in der Saison immer sehr gesund zu ernähren, weil ich eben Schokolade liebe und deswegen darf das bei mir auch an keinem Tag fehlen. Ich gönne mir da jeden Tag so eine Kleinigkeit und ja, ist aber eine Gewinnungssache. Also wenn man dann drin ist in der gesunden Ernährung, dann fällt es einem eigentlich auch relativ einfach. Man braucht nur so ein paar Wochen. Was hast du heute gefrühstückt? Heute Morgen tatsächlich noch gar nichts. Oh Gott, dann gib dem Mädchen was zu essen. Von mir aus kannst du dir gerne gleich eine Schokolade nehmen. Lisa Schmidt heute hier bei uns zu Gast im Frühstücksfernsehen. Vielen, vielen lieben Dank und dann viel Glück für das, was noch kommt. Jetzt am Wochenende hast du. Dann hast du einen Wettkampf, aber das wird eine leichte Nummer, sagst du? Leichte Nummer, aber das ist nochmal ein Spaßwettkampf. Achso, ein Spaßwettkampf. Dann kann ich nochmal genießen und danach die Off-Season. Okay, vielen Glück, Alisa, für deinen Weg. Was auch immer dir begegnen wird. Danke. Jetzt Chris. Ich hoffe, ich habe mich. Ja, ich habe mich.